Die Vertreter der Schweizer Amnese sind die assortierenden Männern des Rekrutenspiels, die wir jetzt erleben dürfen. Nach 18 Wochen Haartraben zeigen sie uns, was sie in dieser kurzen Zeit alles gelehrt haben. Es ist zum ersten Mal, dass das Basler Rekrutenspiel in einer Brassband-Setzung in der Arena steht, mit 36 Tumpeter, 6 Schlagzeuger und einer dynamischen Tambour-Reformation. Das ist unsere Schweizer Militärmusik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Vertreter der Schweizer Amnese und einer dynamischen Sturz-Geräusche Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4